Warnung! Dieses Spiel ist nicht unter 18 Jahren freigegeben. Um Menschen mit psychischen und Aggressionsproblemen ist es ebenso wenig zu empfehlen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Jo, Leute! Willkommen zu einem neuen Spiel auf unserem Kanal. Wie ihr lesen könnt, spielen wir heute... Wer heißt nochmal? Cat Mario. Und natürlich ist es für viele Mario dabei. Hallo. Ja, darf ich sagen, legen wir gleich einmal los. So, ich bin... habe noch nie gespielt. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Okay, so geht man. Okay. Kommt da nichts raus? Nein. Okay. Ich habe so einen Stern. Ich bekomme so einen Stern. Du Scheiß, Hura. Da ist gleich mal Luftballon oder sowas rausgekommen. Junge. Ich habe ein Stern. Ich bin daran verreckt. Was war jetzt bitte? Ich muss mich nicht mehr berührt. Okay. Also. Okay, warte. Ich habe viel vorraschen. Ich muss bisschen Schokolade essen. Ich muss bisschen Schokolade essen. Ich muss bisschen Schokolade essen. Ja, wir haben ja. Wir werden mal 0,8 Euro. Oh mein Gott. Ja, wir können so machen, dass... Wir haben abwechselnd auf den Movies. Ha, jetzt kriegst du mich nicht so schiss wohl. Man läuft. Ja, okay, dann seht ihr mir eigentlich erst mit einem Schlüften. Was ist das bitte? Willst du mich ha-asen? Ich springe mir das Ding drüber. jetzt geht es geht in den Springen kommt er nicht ich habe bis jetzt 26 das ist ja zumindest 29 wenn ich aufs Graf springen sterb ich oder was nur dieser Graf ja diese Spitzendinger da was da steht nun nicht Moan da wird schon kein Bock mehr auf diese Scheiß ja der Entwickler der will nicht dass man sich wie spielt das hat ein behinderter Entwickler Bildung verarscheln ich habe mich verpackt ich habe mich verpackt aber ich lebe ich lebe ich lebe wie soll ich das bitte schaffen Alter ich habe das Gefühl das ist irgendwas nicht stimmt ich bin ob das stimmt zu einem das es ist hohe stehe es gehen 3 aber die spiel ist der geht aber es hat mit nur 0 ich sterbe nicht einmal vor diese blaue Fahne stehern stehern jetzt wenn sie mal das ist das bringt mich um das ist ja ach hoh blau ist vor allem ist blau hoh, alter das war richtig episch du bist du gestorben? na, das ist grad unter mir der Boden weggegangen, ich bin weggesprungen naja, das ist da immer, Alter lol bist du unter dem Minzen gefangen? ha scheiße scheiß jude, was heißt, kann ich da unterspringen? ja, viel wo immer die Asiaten entwickeln immer Spiele, die keiner spielen kann, außer die wäre der Erste, was das Zück gezockt hat, war ein Asiate Asiate Mann, jetzt bin ich wieder so sehr großartig, Alter ich hab schon mal minus 10, Alter ich bin nur minus 3 nein nein nein, ich bin schon wieder unten ja, ok also, ich werde jetzt irgendwann NK10 also, und dann seht ihr, wie scheiße ich bin wie hier in diesem Streitz ich glaub nicht, dass er so schlechter bist als ich ja, ich glaub ja ok 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 spring waaas jetzt sind Wolken auch noch böse ach leg mich, jetzt kann ich wieder runterspringen ok bringst du bitte runter, oder? nee, ich hab jetzt noch oh ach so, jetzt mal Nils Alter, ich hab gleich meine Tastatur durch die Gegend k schluss k k n n n n k scheiße ja ja nö 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 umbringt aber ich habe es nicht geschafft um auszurecht okay also wir gehen jetzt einfach mal weiter und natürlich sind die nicht so verschissene falle reingesprungen so ist es besser wissen so 8 es ist zwar ganz sie haben das nicht oft abgeschafft ja sind sie ja und uhr hat Cam bogen wie auf dieses Scheißspiel, Alter. Tschüss, Daniel.